ok willkommen zum vorletzten oder letzten part bei mario bros wii 97 kommt jetzt und das ist sehr fies den propelleranzug kann man hier eh nicht gebrauchen jedenfalls nicht so wirklich ich hasse diese piranha pflanze dreck scheiß in dem level bin ich ganz auf mich alleine gestellt was bringt denn da was ich sehe da nicht wirklich was vielleicht eisblume feuer ist ganz schlecht ich finde das super spiel davon ist es einfach nur wie soll man sagen geisteskrank was war das denn das problem daran ist sobald ihr an diesem wellen feuer kommt springen da goombas raus ihr seht es ja auch schon das ist sehr gemein diese starke zu holen weil die piranha pflanzen die alles kaputt machen so länger man hier wartet ich bin schon wieder verschissen komme ich nicht mehr durch das war schon selber machen also muss man schon feuerblume haben und dann ganz schnell die starke zu machen und dann ganz schnell die starcoin da freimachen schön wie das ab bringt mir auch nichts ich hasse dieses level das ist die größte scheiße das ist die größte scheiße ich hasse dieses level komm jetzt lauf mir scheißegal sonst machen wir gleich erst 9 8 und dann später 9 7 als letztes level weil das sowieso am schwersten ist ich weiß gar nicht was an 9 8 so schwer sein soll ich weiß gar nicht mal kurz ich weiß aber du kannst du mich mal gucken Betreuzweise, ey. Nix auf ihn. Hau ihn oder schau ihn oder... Keine Ahnung. Äh, nein. Nein, den Bauch. Oh Mann, das war knapp. Nö. Es kommt irgendwas Gemeines, glaub ich, oder? Ja, das weiß ich gar nicht. Genau. Äh, äh. Äh, äh. Genau, jetzt kommt das Schöne an diesem Level. Riesen-Kugel-Release. Und mit riesig... äh, untertreibe ich noch, würde ich sagen. Jetzt kommt einer von da. Ach komm, ey. Ja klar, ein Tiny-Pil, also hin damit. Eine Menge mit. Ist das nicht toll? Ein verdammtes Level noch. Ich fülle mal kurz irgendwie meinen Item-Vorrat auf. Bis gleich. So. Mein Item-Vorrat ein bisschen aufgefrischt. Warte, die kann man gar nicht wieder einfrieren. Das ist ein Mist. Das ist ein Mist. Das ist ein Mist. Du bist ein Mist. Ich bin ein Mist. Da brauche ich wohl eine Feuerblume. Okay, sorry guys, ich breche den Part hier ab, suche mir nochmal gescheite Items und im nächsten Part. Ja, versuchen wir uns dann nochmal dran. Ich werde es aufnehmen, wenn ich es geschafft habe, werde ich es hochladen. Wenn ich es aufgenommen habe und ich schaffe es nicht, werde ich den Part löschen. Ganz einfach. Das ist so lange, bis ich das Dreckslevel schaffe. Oder ich habe vielleicht einen Tipp, was man da als Item nehmen kann oder wie man da durchkommt. Dann schreibt es gerne in die Kommentare, denn auf eure Hilfe bin ich bei diesem Level angewiesen. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.